Hast du eine Ausbildung gemacht nach der Schule, beziehungsweise als was hast du bisher gearbeitet? Eine schulische Ausbildung zum Industriemechaniker, Bro. Und dann bin ich von da aus ins Kino gekommen, da hab ich im Kino gearbeitet. Was würdest du gegen Rache-Gefühle machen? Was kannst du dir beruflich vorstellen, wenn du mal 40, 50 kein YouTuber mehr bist? Doch, Digga, ich werd für immer YouTuber bleiben, Bro. Hast du eine Ausbildung gemacht nach der Schule, beziehungsweise als was hast du bisher gearbeitet? Boah, Digga, ich hab schon sehr viel gearbeitet. Ähm, genau, ich hab keine Ausbildung gemacht. Also, was hab ich gemacht, Digga? Ich hab damals angefangen in der Realschule. Dann bin ich von der Realschule leider irgendwann auf die Haupt runter, weil das mit den Drugs dann angefangen hat und so. Und die haben mich dann so schon gut runtergezogen, sodass ich halt, ähm, leider von der Realschule auf die Hauptschule runter musste. Und so, dann war ich auf der Hauptschule, hab da meinen Abschluss mit 3,7 gemacht, Digga. Also, gerade so, nur mit 4,0 und alles andere drunter bestehst du nicht. Ähm, genau. Dann bin ich von da aus, hab ich erstmal ein Praktikum gemacht beim Maler- und Lackiererbetrieb von einem Kumpel von mir, weil ich keinen Bock hatte, mehr weiter Schule zu machen und wollte Maler- und Lackierer-Ausbildung machen. Also, stark auf jeden Fall, so. Das war so. Und meine Mutter hat dann, meine Mutter hat mir dann eine reingehauen und hat gesagt, was laberst du, Digga? So, geh jetzt Schule machen, jo. So. Ähm, und dann bin ich quasi auf die weiterführende Schule gegangen, zweijährige Berufsfachschule, für die ich auch drei Jahre gebraucht habe, natürlich. Einmal wiederholt, noch zu viel Scheiße im Kopf gehabt. Hab dann meine Realschule gemacht mit, ich glaub dann eine Note besser, also 2,7 oder so. Weiß ich gar nicht mehr genau. Dann hab ich noch, dann war ich halt im Flow drin und hab dann noch meine, also die zweijährige Berufsfachschule war, also eigentlich hab ich ne, eigentlich hab ich ne, ne schulische Ausbildung zum Industriemechaniker, Bro. Ne? Also wir waren da auch in der Werkstatt, haben Metall verarbeitet und so nen Scheiß. Fräsen, drehen, schleifen, U-Schiene feilen am Anfang und so nen Scheiß. Hab ich alles mitgemacht. Äh, technische Mechanik und so nen Shit. Also schulische Ausbildung, wir haben quasi die Theorie und einen Teil von der Praxis gemacht, die ein normaler Industriemechaniker macht halt so, ne? Das hab ich dann abgeschlossen und dann war ich halt so im Flow drin, dass ich dann gemacht, äh, dass ich dann, dass ich dann, äh, quasi gesagt hab, komm, weiter geht's, Digga. Dann hab ich noch das Berufskolleg dran gehangen. Das ist dann sowas wie ne Fachhochschulreife, also Fachabitur mäßig. Auch mit ner zusätzlichen schulischen Ausbildung nochmal in, ähm, wie hieß das nochmal? Informatik und Design oder sowas. Also viel mit Photoshop, Zeichnen, Meichnen und so. Das ging so in so ne Richtung. Und, äh, das hab ich dann auch fertig gemacht. Dafür hab ich anstatt zwei natürlich auch drei Jahre gebraucht. Wir müssen natürlich real sein hier. Das hab ich dann fertig gemacht und dann bin ich von da aus direkt ins Studium rein. Ich hatte noch mit den Gedanken gespielt, ein duales Studium zu machen. Und das ist krass, weil im Nachhinein betrachtet, ich hatte auch ne Zusage von, äh, von Kabel BW oder Kabel Deutschland hießen die noch damals oder andersrum. Keine Ahnung. Und dann haben die den genau irgendwie ein paar Monate bevor die, die, äh, das duale Studium losging, haben die irgendwie den, wurden die aufgekauft oder weiß ich nicht. Ich pleite gegangen, Kabel Deutschland, irgendwie war da mal was zu der Zeit. Und haben dann alle Leute, die eine Ausbildung zugesagt bekommen haben oder ein duales Studium und so, haben die dann gecancelt. Schade. Und dann hab ich mich dazu entschieden, ein normales Studium zum Wirtschaftsingenieur zu machen. Nebenbei hab ich aber auch noch gearbeitet. Ich hab gearbeitet, das erste Mal, glaub ich, Zeitung austragen mit 13, 14 oder so. Dann hab ich, äh, was war der nächste Job, Digga? Dann hab ich im Fitnessstudio gearbeitet. Venice Beach damals. Weiß ich noch. Und dann bin ich von da aus ins Kino gekommen. Da hab ich im Kino gearbeitet, Kinopolis in Mannheim, Digga. Das war auch eine sehr, sehr wilde Zeit. Eine sehr, sehr wilde Zeit. War aber nice, Digga. Hat ultra Spaß gemacht im Kino. Waren noch ein paar Homies von mir, Digga. War auf jeden Fall eine sehr nice Zeit. Und dann hab ich mein Studium angefangen dann. So, ne? Studium angefangen, Wirtschaftsingenieur. Nee, nee, Kinopolis in Mannheim. Nee, nicht Kinopolis, Cineplex, Bruder. Nicht Cinemax, Cineplex. Cineplex hab ich gearbeitet. War eine coole Zeit. Dann hab ich angefangen zu studieren. Und dann musste ich ja auch während dem Studium, musste ich ja dann quasi auch Praxissemester machen. Das hab ich dann bei der BMW Niederlassung in Mannheim gemacht. Und das muss ich sagen, war so der coolste Arbeitgeber bis jetzt. Wo ich auf jeden Fall sehr viel auch mitgenommen hab. Das erste Mal auch einen Chef hatte, der so richtig Liebe für mich da hatte, Digga. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Zeit. Eine sehr geile Zeit. Will ich auch nicht missen so. Die hat mich auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Aber ich hab das Studium nicht abgeschlossen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich hätte noch eine Klausur schreiben müssen. Ich hab Bachelorarbeit geschrieben. Ich hab alle Klausuren geschrieben. Ich hab alles bestanden. Alles war nice. Und dann hätte ich noch Elektrotechnik 3 im Labor machen müssen. Und dann kam die Entscheidung von mir persönlich, wo ich gesagt hab, nee, Digga, ich seh so nicht meine Zukunft. Meine Zukunft seh ich woanders. Und hab dann alles stehen und liegen gelassen. Und bin quasi nach Berlin gegangen, Digga. Yeah. Und dann ging's weiter so. Und heute bin ich in fucking Tulum, Bro. Mexico. Das Leben spielt manchmal echt, geht manchmal echt krasse Bahn so. Was kannst du dir beruflich vorstellen, wenn du mal 40, 50 kein YouTuber mehr bist? Doch, Digga, ich werd für immer YouTuber bleiben, Bro. Ich bin YouTuber, Digga, das geht doch nicht mehr weg. Das hab ich auch schon damals zu meiner Mutter gesagt. Ich will irgendwann, wenn alles ruhig ist, so, wenn alles nice ist, wenn ich mein schönes Häuschen irgendwo am Meer habe, so. Bruder, dann dreh ich Videos, Digga, auch mit 50, 60, 70. Scheiße. Gerade dann fängst du doch erst an, interessant zu werden, finde ich. Weil dann kannst du ja richtig auch Weisheiten mitgeben und den Leuten wirklich was mitgeben, so. Und mein Ziel war es immer, am Ende des Tages Leuten sowas mitzugeben. Leuten Menschen zu helfen. Gute Vibes nach außen zu tragen, so. So, ich werd mich dann hinsetzen und werd meinen Podcast machen, Digga. What's going on here, man? Auch mit 50, 60 kann ich auch noch Mucke machen, Bro. So, ist doch alles easy, Digga. Da gibt's gar kein, gibt's gar kein, gibt's gar kein, gibt's gar kein Ding. Aber mein Ziel und mein Traum ist es auch, was auch schon immer so war, so eine Art Label zu haben. Jetzt nicht nur auf Musik bezogen, sondern auch auf Leute, die einfach einen Traum haben, eine Vision haben und irgendwas machen wollen, was auch so ein bisschen mit Öffentlichkeit zu tun hat. Muss aber eigentlich auch nicht unbedingt nur mit Öffentlichkeit zu tun haben. Menschen einfach dabei unterstützen, ihren Traum zu finden und ihren Traum zu leben, so. Erstmal mit den Talks, die ich mache vielleicht und dann im zweiten Schritt, dann hab ich vielleicht sogar ein Label oder irgendwie ein Netzwerk oder irgendwas, wo ich halt Leute unterstützen kann, Digga. So, das ist mein Traum eigentlich. Und daran halt dich auch fest, Bruder, und das ist auch immer möglich, weißt du? Die Perle auf deinem neuen Insta-Bild ist deine Perle? Fragezeichen? Nee, Bro, das ist aus dem Musikvideo, Digga. Ich falsch verstehe, Digga. Perle laut, man. I don't got a Perle, man. Bro, wie oft cheatest du? Fastfood drin, man? Selten oder kommt oft vor? Geht. Geht. So viel Fastfood gibt's ja hier leider nicht für Veganer. So, wo ich in Mannheim war oder in Deutschland, hab ich schon öfter mal mir einen veganen Burger beim Mac-East reingezogen, so. Gerne auch. Aber so viel Fastfood gibt's hier nicht. Ich esse mal Süßigkeiten, mal ein paar Chips und so ab und zu. Aber das ist halt so ein Ding, man, Alter. Das kannst du halt nicht als Cheaten betrachten. Ich würde keine Cheat-Days machen oder so. Ab und zu mal eine Kleinigkeit, so, wenn ich Bock drauf hab. Rein da. Was würdest du gegen Rache-Gefühle machen? Hab aufgehört zu kiffen. Seitdem habe ich sowas wie eine Stimme oder eher ein Gefühl, dass ich paar Leute bearbeiten muss, die mir in der Vergangenheit Schlechtes getan haben. Uh. Also ich glaube daran, dass wenn du so eine Gefühle hast, Bro, muss ein bisschen mehr in Balance reinkommen. Weißt du, wie ich mein? Kann sein, dass deine Balance jetzt ein bisschen aus dem Ruder geraten ist, weil du aufgehört hast zu kiffen und so. Und du jetzt da ein bisschen emotional einfach verwirrt bist, so. Viele Emotionen auf einmal irgendwie hochkommen. Sachen, die du vielleicht mit dem Kiffen unterdrückt hast, so. Aber ich würde dir raten, chill auf jeden Fall. Ähm. Bruder, es ist, es ist, äh, es ist, es ist, äh, wie soll ich sagen? Rache ist nie was Gutes, Bruder. Weißt du, ich meine, manche Leute sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Manche Leute sagen, wenn einer mir das angetan hat, darf ich ihm das auch antun und so eine Sachen. Ich bin ein Fan davon. Also ich glaube an Gott und ich glaube an Karma, an Gottes Karma. Und ich glaube, dass alles irgendwie am Ende des Tages irgendwo gerade gerückt wird. Deswegen solltest du vertrauen, so. Ähm. Fang an zu beten. Fang an mit Yoga. Fang an zu meditieren, Bruder. Das sind so die Sachen, die ich dir empfehlen kann. Auch wenn es jetzt sehr hippiemäßig klingt, so. Das sind Dinge auf jeden Fall, die mir geholfen haben. Einer sagt, rauch besser weiter. Nein, Bruder. Hör mal auf, Digga, alle. Ihr seid voll die Arschlöcher teilweise. Miese Psychose hat der Brudi. Wenn er es ernst meint, ist doch scheiße, Digga. Hört mal auf, sowas zu schreiben. Ich versuche ehrlich zu, kann auch sein, dass er mich hops genommen hat. Aber ich versuche halt ehrlich, äh, Tipps zu geben, so. Und ich sage dir, chill, bleib cool, mach Sport, geh boxen, irgendwie sowas. Wie schön, der sagt einfach auch weiter, Bruder. Dafür eigentlich kurz ein Bann, Digga, alle.